Mein Führer, Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum, Keitel, Jodl, Krebs und Bogdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer schickt Sie? Das hier ist Martin, Sie meinen Befehl zu unterschätzen. Oh, meinst du das einfach getrunken? Der Militär hat eine Milliarde! Ist nichts weiter als ein Haufen niederfrechtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblieben... Die Stadt Feiglinge! Verreichter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Kinderlande, das ist der Geschmack des deutschen Falsches! Sie ist ohne Ehren!